Willkommen zurück zu .hack Outbreak. Wir haben 60 Stunden, 19 Minuten und 44 Sekunden Spielzeit insgesamt in .hack Outbreak, Mutation und Infection zusammengesammelt. Damit haben wir das dritte Spiel abgeschlossen und können nun theoretisch weitermachen mit dem vierten. Allerdings wissen wir ja, es gibt immer noch ein bisschen Bonuskram, den wir machen können am Ende eines Spiels. Und dementsprechend gibt's noch E-Mails, neue Nachrichten und was nicht alles. Erstmal haben wir irgendwie zigtausend neue Bilder gekriegt am Ende des letzten Spiels, also, würde ich sagen, gucken wir mal, was wir alles gekriegt haben. Äh, das hier ist nicht neu, das ist alt, das ist Phantom der Neuen, äh, das ist Liminality, das hatten wir auch schon alles. Äh, die hier sind, glaub ich, neu. Warte. Ha, tolles Bild. Ähm, verloren. Wunderschönes Bild, vor allem mit diesem ganzen verwoschenen Kram um Kai drum. Für einen Freund mit Orcas. Oh, irgendwie alles etwas verwoschen. Alles Schammer-Screenshots. Gegen Balmunk, aha. Bild von Elk, wunderschön, den wollte ich unbedingt als Desktop haben. Sternengucker mit mir, ja. Äh, Freunde, ach, das ist doch mal ein halbwegs ordentliches Bild. Kurze Pause. Ah, das ist cool. Das Bild habe ich ganz lange bei mir als Desktop-Hintergrund benutzt in meinem ursprünglichen Spielstand. Systemadministrator ist ziemlich hässlich und Begegnungen. Äh, ja, ist auch akzeptabel. Ich würde sagen, ich nehme mal kurze Pause rein. Das ist sehr nostalgisch für mich, dieses Bild. Und dann gucken wir mal, wenn wir noch so eine neue Musik gekriegt haben, die wir momentan einstellen können. Irgendwas Passendes, irgendwas Entspannteres. Nicht dieses blöde Harald-Theme, das ist irgendwie doof. Das passt nicht gut auf den Desktop. Viele dieser Musikstücke hier passen einfach nicht gut auf den Desktop. Äh, was ist mit Danlo Rack? Äh, wir haben den neuen Bonus-Track bestimmt irgendwo. Äh, Lambda-Server ist jetzt nicht so geil. Vor allem die Bruchmusik davon. Äh, Kuga, erste Form. Äh, was ist denn Black Rose für eine Musik? Ach, ja, äh, genau. Das ist, glaube ich, die Kommission, die ich am meisten verwendet habe von meinem Desktop. Die werde ich bestimmt drin lassen. Was haben wir denn noch? Phase 4 für Tell. Schon eine Weile her, dass wir den besiegt haben. Aha. Sigma-Server-Bruch, den gibt es ja auch gar nicht nochmal. Und Phase 5, Gorey, der hier schon gespoilt wird, wenn man sich die Musik anguckt, bevor man in den Kampf geht. Bonus-Track ziehen. Ja, das ist der neue Bonus-Track von diesem Spiel, den wir gekriegt haben. Na gut, lassen wir den erstmal drauf, was der Bonus-Track ist. Erstmal, äh, Bandai-Nachricht. Gewinnspiel-Daten. Glückwunsch zum Sieg in Dothack Outbreak. Du hast jetzt die Datenflagge für Dothack Outbreak. So, äh, äh, so gespeicherte Spieldaten in gelb können in das nächste Kapitel übertragen werden. Wichtig, Daten ohne Datenflagge werden nicht importiert. Du kannst das Abenteuer mit den aktuellen Daten fortsetzen. Die Haupthandlung stoppt hier. Die Gegenstände und Erfahrungen, die du nach Bestehen eines Kapitels findest, werden desnächst übernommen. So kannst du dich stärken, bevor du mit der Handlung fortfährst. Eine Bonus-Option, mit der du zwischen englischen oder japanischen Stimmen wählen kannst, wurde dem Optionsminut hinzugefügt. Diese Option ist nur verfügbar. Wenn du das Spiel mit einer Memory Card 8 MB für Playstation 2, die diese Datenflagge gespeichert hat, startest. Na gut, wir haben sowieso permanent auf Japanisch, weil ich das Spiel im ersten Teil schon auf Japanisch gestartet habe. Und deswegen wird die Spracheinstellung jedes Mal mit in den nächsten Teil übernommen, sobald wir ein neues Spiel starten. Glücklicherweise wäre es auch doof, wenn wir das erste Spiel in Japanisch gespielt hätten und alle weiteren Teile danach auf Englisch hätten spielen müssen. Gigantische Kreatur. Es gibt einen Weg in den Körper der gigantischen Kreatur am Himmel. Glaub es oder nicht, gehe zur Lambda-Town und wähle Lambda-Pulsierend-Wolkensee-Wahl. Damit können wir in die gigantische Himmelskreatur rein. Das finde ich schön. Das ist wahrscheinlich dieses fette fliegende Augenvieh, das uns schon mal angeglotzt hat. Ich hasse es. Lambda-Pulsierend-Wolkensee-Wahl. Wurde der Wortliste hinzugefügt. Wunderschön. Das wollte ich auf jeden Fall haben. In dieses hässliche Ding wollte ich auf jeden Fall rein. Es gibt außerdem neue Nachrichten. Eine Wahl für Ultimate? Wahrscheinlich nicht so richtig. Laut eigenen Angaben der amerikanischen Firma Orange Computers Inc. wird zurzeit ein vollständig neues Hochleistungsbetriebssystem entwickelt, das gewollt unkompatibel mit dem von Ultimate ist. Dem Firmensprecher zufolge ist Ultimate zwar durchaus ein leistungsstarkes Betriebssystem, aber es dürfte nicht im allgemeinen Interesse des Marktes sein, eine Produktnormung zu betreiben. Unser Unternehmen arbeitet an einem Betriebssystem für die neue Generation, um die Computerindustrie und die internationale Gemeinschaft auszubauen. Das neue Betriebssystem wird unter seinem Codenamen Star Child zitiert. Ah ja, ich wette, das wird nichts werden. Aber gut, das sind quasi Windows und Apple dieser Welt vermute ich mal. Wobei dieses Star Child da wahrscheinlich nichts wirklich werden wird. Das ist eher das Ubuntu dieser Welt oder so. Äh, dann gucken wir mal, was wir noch Neues haben. Panther schlägt zurück. Nach einer 15 Spiele umfassenden Gewinnserie seit dem Sieg gegen die Boston Bobcats liegen die New York Panthers nun seit 5 Spielen auf dem ersten Platz vor den Orlando Marlins. Dies ist eine Premiere in der Geschichte der All-Dome-Liga-Spiele mit 220 Spielen pro Saison. Das heißt im Durchschnitt 4 Spielen pro Woche. Wow, das hat mich unglaublich interessiert und war völlig relevant für das Spiel. Ich bin froh, dass wir diese Nachricht erhalten haben. Bigfoot, da haben wir auch schon mal was von gehört. Das Tier, dessen Fußabdrücke für die des legendären Bigfoot gehalten worden waren, ist schließlich gefangen worden. Den DNA-Untersuchungen zufolge stammen die Abdrücke tatsächlich von dem gefangenen Tier, bei dem es sich zwar nicht um Bigfoot, aber auf jeden Fall um eine neue Affenspezies handelt. Der Entdecker und die Bewohner der Stadt hoffen, diese neue Spezies offiziell als Bigfoot klassifizieren zu können. Wegen der zahlreichen Legenden um den wahren Bigfoot ist jedoch mit Protesten gegen diese Namensgebung zu rechnen. Vor allem gegen den wahren, in Anführungsstrichen, Bigfoot. Warum sollte man die nicht so nennen? Dann gibt's die halt wenigstens wirklich. Dann können die Leute wenigstens auch damit zu nerven. Ja. Okay. Wir hatten schon vorher eine Nachricht dazu gekriegt, dass diese Fußspuren entdeckt wurden. Projekt künstlicher Apfel aufgegeben? Oh nein, ich wollte endlich diesen blöden künstlichen Apfel mal probieren. Ankündigung zufolge, wird das Projekt des Hiroshi Matsuyama Research Centers zum Anbau künstlicher, nährreicher Äpfel abgebrochen. Oh, es wäre zu kostspielig geworden, die für den Apfelanbau erforderlichen Bedingungen zu erfüllen. Der Direktor des Forschungszentrums, Hiroshi Matsuyama, ist spurlos verschwunden. Er hinterließ folgende Notiz. Köstlicher Apfel-Kartoffel-Geschmack. Wir gedenken ihm ehrfürchtig. Nein, tun wir nicht. Also scheinbar haben die Äpfel entweder nach Kartoffel geschmeckt, oder er hat jetzt Apfel-Kartoffeln als neues Projekt ins Auge genommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit hyperteuren Äpfeln so dermaßen viel Umsatz machen kann. Dafür gibt es zu viele Apfel-Plantagen auf der Welt und zu viele andere leckere Äpfel. Was haben wir noch so? Wir haben neue Bordnachrichten. Garantiert, lass uns Tag spielen unter anderem. Natürlich, Rückkehr von Lass uns Tag spielen. Gah! Ah! Ihr habt ja alle keine Ahnung, was ein Goldener Goblin ist, Gob! Ich werde euch die wahren Kräfte eines Goldenen Goblins zeigen, Gob! Hier, Sigma, abscheulich Spielers Tor, Gob! Martina T. Ja, herrlich. Für die gibt es zum Glück auch einen Trick, um sie zu besiegen. Von daher wird der Goblin-Kampf auch nicht so unglaublich nervtürtend werden, wie vergangene Goblin-Kämpfe mal waren. Aber einfach wird es auch wieder nicht. Okay, komm allein, Gob! Ja, kennen wir schon, Gob! Sigma, abscheulich Spielers Tor wurde der Wortlist hinzugefügt. War das alles an Forenbeiträgen oder gibt es noch irgendwas Interessantes? Nö, das war's. Jetzt. Dann loggen wir uns natürlich wieder ein zum guten alten Sigma-Server. Arid City Fort Uff. Wir müssen natürlich unser Inventar jetzt erstmal wieder aufräumen, bevor wir irgendwas anderes machen. Und ich brauche auch wieder spezifische Ausrüstung, um gegen Martina T. anzutreten. Das können wir nicht einfach so mit unserem aktuellen Inventar machen. Von daher sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Inventar umgerüstet haben werde. So, da sind wir auch schon wieder. Erstmal haben wir neue E-Mails, aber die können wir später checken, schätze ich. Vor allen Dingen habe ich unser Inventar umgerüstet. Wir gucken in unsere Ausrüstung rein, wir tun erstmal die Lady-Killers rein und wir sehen, dass der Damenpanzer wieder dabei ist, genauso wie bei unserem letzten Goblin-Kampf. Und dann machen wir uns auf nach Abscheulich Spielers Tor, Gebiete, in dem der Gold-Goblin zum Fang herausgefordert hat. Weiter geht's. Ach, es ist immer wieder herrlich. Ja, das heißt, wir werden garantiert wieder ein Gegner mit automatischer Lebensregeneration und wollen nicht alles von dem Dreck haben. Abscheulich Spielers Tor. Das große Finale gegen die Gold-Goblins in diesem Spiel. Lange nicht gesehen. Ich will den Gold-Goblin-Kampf, die Gold-Goblin-Kampf, sehen Sie, ja! Vernichte den Gold-Goblin, er empfällt, oder in diesem Fall die Gold-Goblins. Ja, dann müssen wir, wie üblich, am Anfang eines Gold-Goblin-Kampfes erstmal komplett durchbuffen. Erstmal Up-Dow drauf, sonst sind wir zu lahm, selbst wenn wir die Viecher einschläfern können oder sonst was mit denen machen. Äh, dann brauchen wir das übliche Zeugs. Einmal, zack, unseren magischen Angriff erhöhen. Das brauchen wir tatsächlich in diesem Kampf. Dann die magische Verteidigung bitte erhöhen. Und die magische Genauigkeit für, äh, nochmal guten Sinn und Zweck obendrauf. Dann wechseln wir unsere Ausrüstung. Und zwar, äh, da brauchen wir unser, wo ist es? So weit nehmen wir am besten das Rein nehmen wir rein. Das hilft uns am ehesten mit unseren magischen Vorhaben. So, dann habe ich nämlich interessante Items dabei, die wir jetzt brauchen. Für diesen Kampf alleine habe ich ganz viele Bestien-Bun eingekauft. Damit können wir die magische Toleranz überwinden, die Martina T. hat. So, jetzt ist magische Toleranz rot, das heißt, jetzt funktionieren Zauber auf sie. Und dementsprechend können wir jetzt Mumminlei wieder auf sie zaubern. Was wir auch genauso schon, okay, hat nicht funktioniert, genauso schon gegen den letzten Goblin gemacht haben. Komm, funktioniert, danke schön. Hat keine hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeit, wie man sieht, aber es funktioniert. Und wir müssen sie auf jeden Fall eingeschlefert halten, damit sie uns nicht ausweicht. So, und da wir, äh, ihre magische Verteidigung gebrochen haben, können wir jetzt unsere Schriftrollen benutzen, die wir mit der Zeit so gefunden haben, die ich noch nicht verkauft habe. Es ist immer gut, sich ein paar von diesen Schriftrollen für diesen Kampf hier aufgehoben zu haben. Boah, ich bin wieder nicht eingeschlafen, oder? Mumminlei, funktioniert bitte. Mumminlei, 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 Mumminlei. Sie schläft ja schon wieder nicht. Gott, ich habe extra schon die magische Genauigkeit erhöht. Hat man gesehen, einfach nicht. Dankeschön. Hey, sie schläft. So, und dann können wir die nächste Schriftrolle raushauen. Gegenstände, äh, Moment. Äh, ja, Gegenstände, da machen wir mal. Äh, grüner Ruftorf. Na, machen wir erstmal Feuer rufen. Zack, Feuer rufen. Bäm's. Okay. Und weiter geht's. Mumminlei, sie steht wieder. Und wir sehen jetzt schon, ja, plus 400. Die Viecher fangen wieder an zu heilen. Das ist so schrecklich gegen die Viecher hier. Wenn man hier nicht die fetten Zauber hat, um die ersten Goblins auszurotten, hat man echt schlechte Karten, weil die sich einfach zu schnell wieder hochheilen. Äh, außerdem... Mumminlei. Mumminlei. So, steht wieder. Und dann müssen wir sie jetzt möglichst schnell wieder stoppen. Äh, ich hoffe, sie stirbt. Ansonsten könnten sie sich nochmal hochheilen. Und... Bäm! Jawoll. Okay. Das war Nummer 1. Sehr gut. Das heißt, die anderen werden jetzt deutlich leichter werden, weil die jetzt nur noch um 400 heilen können, statt um 800. Sehr gut. Beste mal hat funktioniert. Das funktioniert übrigens auch nicht immer. Da muss man auch mal erstmal ein bisschen probieren. Nummer 2 ist gestoppt und steht fest am Boden gewurzelt. Es geht weiter mit dem nächsten Feuerrufen. Wir haben noch zwei davon. Bäm! 588. Sehr gut. Und nochmal Mumminlei drauf. Muss weiter da vorne stehen bleiben, das Mistvieh. Ja, damit ich ausweichen kann und nix. Nochmal. Feuer rufen. Kaboom. Okay, weitere 588. Äh, dann müssen wir das erstmal wieder aufheizen. Mumminlei. Ah, sehr gut. Jetzt funktioniert er mindestens ordentlich. Oh Mist, der heilt sich gerade selber. Wunderschön. Heilen sich doch um 800, weil er hat es geschafft, während er eingeschlafen ist, noch weiter zu zaubern. Das ist natürlich unglaublich fair. Na gut, wir haben noch weitere Zauber, die wir draufhauen können. Oh, nice. 777 Schaden. Zumindest kein Ziel in Reichweite. Der ist viel zu weit weg. Guck mal bitte her. Geht ja wohl nicht, aus der Reichweite zu rennen. Mumminlei. Ja, noch einen von den... Und dann sollte Martina T. eigentlich erledigt sein. Also diese Martina T. Instanz hier. Und nochmal. Bäm. Ach, toll. Ist daneben gegangen. Kann natürlich auch passieren. Ist natürlich in der Update, wenn es passiert, aber kann natürlich auch passieren. So, wieder stoppen. Deswegen schläfen wir uns ja eigentlich ein, damit es nicht daneben geht. Und nochmal... Äh, Wasser rufen. Boom. Boom. Ah, ernsthaft schon wieder. Also man kann auch Pech haben. Äh. Ich mach mal nochmal ein Bestienband drauf. Es scheint zwar eigentlich gebrochen zu sein. Ich weiß nicht, warum das jetzt doppelt nicht funktioniert hat. Außer Pech. Äh, naja. Mumminlei. Nein, nicht Mule. Mumminlei, bitte. Dankeschön. Vielleicht heilt der wieder. Ja, da ist er. Da kommt er. Die Heilung. Plus 400. Na klar. Natürlich. Ansonsten wäre der Kampf ja auch gleich vorbei gewesen. Das wäre ja zu einfach. Komm, hier nochmal. Sehr gut. Der läuft die ganze Zeit in unsere fetten Zauberangriffe rein, der andere Typ. So. Steht wieder jetzt noch ein Zauber drauf. Dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Und Wasserangriff erledigt. Wunderbar. Bleibt nur noch ein einziger. Und der kann sich maximal selbst teilen. Das sollte ja nicht mehr das große Problem sein. Erstmal wieder ein Bestienband drauf. Sehr gut. Der Quormat ist gebrochen. Und dann Mumminlei. Gleicher Plan auch für den letzten Teil der Goldgoblin-Armee. Äh, Gegenstände. Dann haben wir noch dreimal grüner Ruf für sie. BAMS! 777. Und Mumminlei. Bleib stehen. Renn mir bloß nicht weg, Martina. Okay. Und dann... Falschgegenstände. Grüner Ruf. Bumm. 777. Und noch ein weiteres Mal. Mumminlei. Haltet sich aber, glaube ich, leider schon wieder. Ich hoffe, es geht nicht durch. Doch, es geht garanziert durch. Müsste aber trotzdem reichen, um das Fiech zu erledigen. Wenn unser grüner Ruf trifft. Komm schon, machst du Platz. BAM! Oh. Boah. Ah. Natürlich. Es wäre auch zu einfach gewesen. Ich habe schon extra als Buffer mehr von diesen Beschwörungs-Items mitgenommen in den Kampf hier. Wobei das ist, die reichen immer noch nicht, weil es dreimal daneben geht. Unglaublich. Ja, gut. Wir haben auch noch andere Zauber und davon nicht wenige. Die können wir genauso benutzen, um sie zu erledigen. Sind nur ein kleines bisschen schwächer. Ist kein riesiger Unterschied. Also machen wir es einfach damit. Oh, Mumminlei sitzt wieder. Und wir hauen unseren nächsten Zauber drauf. Wir haben noch mehr Flammenschläge, die wir gesammelt haben. So, und das war's. Besiegt. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Kampfmodus aus. Nicht wirklich. Die sterben immer. Aber warum sollte ich das wollen? Und tot. Wunderbar. Du hast jetzt das Imp-Kreuz erhalten. Und jetzt können wir die ganzen Goblin-Items mal wieder, genauso wie in den letzten beiden Spielen, auch schon ausrüsten, um dann einen super, mega, special, awesome Zauber zu kriegen. Den wir nur dann kriegen, wenn wir alle Gold-Goblins besiegt haben und die komplette Goblin-Ausrüstung an Kite ausgerüstet ist. Die müssen wir uns natürlich dafür erstmal aus der Bank rausholen und an ihn ausrüsten. Und dann können wir die an irgendwelchen Gittern ausprobieren, die Dinger. Joa. Wunderbar. Wunderbar. Äh, jetzt loggen wir uns aber erstmal wieder aus, denn wir haben neue E-Mails gekriegt, wie wir gesehen haben, bevor wir in den Kampf gegen die Gold-Goblins gegangen sind. Also schauen wir mal eben, was unsere lieben Kollegen so geschrieben haben. Ich wette, wir wurden wieder vollgespannt, wie doofe, weil wir das Spiel durchgespielt haben. Wahrscheinlich wieder E-Mails von absolut allen Charakteren, die wir kennen. Mal gucken. Wir haben, ja, neue E-Mails. Ich muss diese Musik ändern, die nervt mich. Äh, wo ist hier das Black Rose Lied? Äh, da, 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 nein, 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 nein. Da, Film Black Rose. Wunderbar. Ach, viel angenehmer. So, äh, Mailer. Na, nicht von allen, aber von vielen. Wiseman mit Tauschen. Kate, als dein Freund würde ich ja das Geschäftliche beiseite lassen und dir günstige Gegenstände besorgen, aber als Vorsitzender der Tauschgilde kann ich das leider nicht tun. Habe bitte Verständnis dafür. Du bist Vorsitzender der Tauschgilde? Naja. Pff. Sei das. Deswegen denkt er immer, wer der Chef. Piros mit Zwielichtbooten. Unser Zusammenspiel hat ungeahnte Höhen erreicht, aber lasst uns alle Erwartungen übertreffen und noch härter daran arbeiten. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich haben uns alle Nachrichten geschrieben, bei denen wir die Freundschaft auf Maximum gekriegt haben oder so. Sanjuro, ich bin ein Amerikaner aus South Dakota. Samurais interessieren mich. Seitdem ich die Filme mit Mifune gesehen habe, wissen wir. Ich gebe den Leuten aus meiner Gegend kostenlosen japanisch Unterricht. Da ich die Samurai-Filme immer als Unterrichtsmaterial einsetze, reden meine Schüler wie Krieger. In meiner nächsten Mail schreibe ich so, wie Sanjuro sprechen würde. Nein, bitte tu's nicht. Ich werde's auch nicht lesen, versprochen, Sanjuro. Bah, schrecklich. Ja, also werden diese Schüler niemals ordentliches Japanisch lernen. Oder sie werden sich immer lächerlich machen, wenn sie nach Japan gehen. Sei stark, stark werden, damit ich... Punkt, Punkt, Punkt. Gardenia, gesprächig, wie immer. Marlo, verrückt. Du bist ja ein verrückter Typ. Warum bist du denn in so einem Spiel so ernst? Die ganze Welt hier ist nur Illusion, kein Grund so ernst zu sein. Du bist echt komisch, weißt du das? Sagt der Richtige. Marlo haben wir auch relativ wenig benutzt gegen Ende hin. Wobei, na, so im Mittelteil des Spiels hat er relativ viele Auftritte. Rachel mit Regal. Kein Vertrauen, kein Geschäft. Du darfst nichts von mir verbergen, verstanden? Und das war auch schon der gesamte Text. Rachel, du bist wieder informativ. Newcastle Gemaro mit Talent. Du scheinst schüchtern zu sein, doch am Ende stehst du im Rampenlicht. Du hast echt Talent, Smiley. Ja, also du wirst niemals im Rampenlicht stehen mit deinen fetten pinken Haaren, du. Ja, wunderschön. Wir gehen wieder zurück in den Server, würde ich sagen. Zack, lock in. Jawohl. Und dann können wir unsere Goblin-Ausrüstung mal ausrüsten, um es beim nächsten Mal demonstrieren zu können. Gobbu-gob. Machen wir ja grundsätzlich auch, wenn sich da nichts großartig verändert an der Goblin-Beschwörung. Errol City, Fortnupf. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Einsätzen von Goblin-Rüstung. Und dann werden wir uns wohl an den finalen Sidequests dieses Spiels hier machen. Bis dahin. See ya. Oh. Bis zum nächsten Mal.